ja jörg er hat zu mir zu gestorben von uns zu mit mir und das sei nicht dabei das war ich nicht gegen das anwesend freundlich nicht das ist er nicht dabei er kann ich als stress und haben aber wir haben entschlossen uns dort aufzunehmen leider ist nicht da wir spielen topzone auf solost die halt die einzige web ist und es gibt nur zwei modis und das ist topzone und war kaos sold ich bin ja auch noch ja es geht darum diese dinge die darunter einzunehmen gerade hatte gegner den dingen und Foto ist gegnern er hat sein eigener eine gute guck mal drückt mal die Nummer drei bei dir zu finden fast da habe ich die Union Union aktiviert weil ich musste kaufen ich hab sie im Garten du kannst es nicht haben außer du hast es gekauft nein habe ich habe nichts gemacht du musst es gekämpft muss gekämpft und dann hätte ich nicht nachläufig viel kaum aus dem Geld er muss diese sachen die und rechts sind zu kaufen Prozent gewissen lebe kann man die kaufen da spielt hier mal Granate mal Granate kann man schon ab Null kaufen das setzt wie viel kaum Kürze nicht gekauft haben alles wird das kannst du nicht haben ganz kann ich sein oder ich hab nicht einmal ich mach jetzt mal habe ich aber du hast nichts gekauft nichts gemacht was bist du für ein Spastiel ich hab halt nur richtig oh man hör jetzt auf auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich erobert wir müssen fünf erobern da haben wir gewonnen oder wir haben mehr erobert und die Zeit ist abgelaufen da haben wir auch gewonnen wenn nur entschieden ist dann geht es weiter yes yes Nein jawoll der Flo von hinten der Wichser ja sowas mit von Beta ist der Hammer das ist der Shit ähm ja die Lobby sind ziemlich voll alle außer die jetzt hier irgendwie also nicht so viel los sonst ist eigentlich immer dauervoll Rulkins also wenn man jetzt zum Beispiel in der Party ist zu zweit und suchen will dann findet man nichts weil einfach kein zwei Plätze frei sind sondern nur einer russisch heißt Pod ja oh mein Gott ich bin schlecht ja ich war schlecht weil der Lack hat der Wichser aber wenn man jetzt nur mal objektiv betrachtet ist eigentlich das Podding einfach Capture the Flag oder Herrschaft oder Herrschaft das kann man das bezeichnen kann alles gemischt würde ich sagen gleiche Flag mit Eroberung Theta Fox ja fuck you you bitch ich weiß nicht was du machst ich hab rechts alles ich hab Thermal in der Natur ich weiß nicht was Nummer 2 ist ich drück mal drauf Fokus feier es blick blinkt meine Waffe und jetzt kriege ich noch ein Thermal Implosion hier oben hier sieht man hier wird gefeitet hier die Sternenzerstörer und die Bellenschlotte da sieht ziemlich nice aus er explodiert auch ab und zu was ich hab noch gar nicht drauf geachtet nicht zu sterben ist auf ultra natürlich er ist was nur hin vor allem die Kölner gehört das ist das was sie macht ja die Null ist der mit Stieber 0 der die ist es Ich habe schon 12 Waffen, ich habe die Standwaffe A280C und die DH-70 Blastikpistole, also Blastikpistole ist bei diesem Mode besser geeignet, meine Meinung, ja. Kann so schnell schießen und hier ist ziemlich viel Nahkampf und die Pistole ist einfach für Nahkampf geeignet. Wo ist die Pod? Da hinten. Also 50 Meter weit weg. Ja, danke. Wir haben sie. Ich stehe da auf 3 da wieder. So was sie. Nein, nicht mit einem neuen Leben überlebt. Ah, was muss man noch erzählen? Die Sounds sind richtig geil gemacht. Okay, gefallen mir. Die Sounds natürlich Star Wars, das ist mir natürlich mega geil. Und auch die Fight-Sounds sind geil, finde ich. Mitgemacht. Leider nur zwei Modis. Gut, für eine Beta. Für eine Beta. Gut. Ich finde keine Gegner. Für Hardline betrachtet, zum Beispiel für die Hardline hat man ja schon viel gehabt. Für eine Beta. Ist das schon viel gewesen? Das ist echt viel gewesen. Für eine Beta. War das höchste jemals eine Beta. Ja. Was war ich schnell übertragen? Und jetzt halt nur zwei. Nein! Yes! Von hinten habe ich dich verfolgt. Aber ich weiß nicht, dass du bist. Ja, das habe ich ja gekauft. Aber du hast ja nicht gekauft. Nein! Das ist ja schon alles gehabt. Ich muss das alles mit kaufen. Und leveln. Was du laberst. Vielleicht wüsst du irgendwann. Natürlich. Ich habe sogar in der Aufnahme die Unkandaten, glaube ich, gekauft. Was krieg ich jetzt? Was krieg ich jetzt? Was krieg ich jetzt? Was krieg ich jetzt? Was habe ich? Was habe ich? Wow, Orbital Strike. Jetzt fucke ich dich weg, Michael. Was? Wie lese ich denn aus? Mit vier, glaube ich. Jaaaaahhhhhh. So? Aber ich wurde nicht von Strike, sondern von Tibbilt gekkelt. Boah! Das hat einfach alles weggemacht. Nein, tödlich. Nein, tödlich. Nein, tödlich. Ja, tödlich. Lass mal das Ding uns einnehmen hier. Lass mal das Ding uns einnehmen hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat jetzt auch geil ausgesehen. Robital Strike. Was hast du für eine Waffe? Zweischuss. Pistole. Das war kein Zeug, das war locker irgendwie so. 20. Alter, 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 alter. Jetzt defend ich die Scheiß-Pott. Nein. Kriegt euch doch. Absolut. Das ist unserer. Natürlich ist unsere Euro. Jawohl. Der ist ein Lack hat, ja. Weil meine Leute einfach richtig scheiße sind. Ja, man. Schon bisschen lappen. Alles klar. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Genau 60 Meter weit weg. Spiel nochmal so ein komisches Ding haben. So eine Marke. So eine Marke? Ja, dass du die Sachen bekommst. Ach so. Oh, jetzt kommt ja natürlich Vortex. Ich bin noch ein bisschen schlecht in dem Spiel. Nick in der Aufnahme. Jo. Was wegen der Aufnahme? Ähh. Bist du so schlecht oder was? Hm. Ja, eigentlich müsste es ja, muss ich ja schlecht sein, weil die ja meine Aufnahme ist, ne? Ja, aber ich spiel mit in der Aufnahme. Haben wir den scheiß Pot? Achso, das zählt auch oder was? Ja. Ja, am Arsch, Jungs. Ihr kriegt den scheiß Pot nicht. Nein! Fuck you, bitch! Heck, dauern diese scheiß Pot bevor sie übernommen werden. Oh, fuck. Fake. Bin ich ewig weit weg. 100 Meter weit weg. Alter. Da müssen die Waffen genervt werden. E-11. Was kann man hier nochmal machen? Ah, okay. Aber die Tastenbelegung ist doch für den Arsch. Ja, die ist für den Arsch. Manchmal. Mit V kannst du im Nahkampf. Ist... Das ist... Ah, super. So weit komme ich nie ran. Ich auch nicht. Das Daumen ist es behindert. F ist das Beste. Oh, damn. Ja, ich hab was, ich hab was, was hab ich? Orbitalsreich. Nein! Aua! Fick dich doch. 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 Nein. Nein. Naaaaa! Van... Ja jetzt bin ich tot. Ich hab's eben von den Rillschutz grad gestellt. Glaub ich denn, da sind sieben, zehn. Okay, 5000est. Und wir haben gewonnen. Noch nicht. Na. Was, das wird Arscheng, oder? Vielleicht bencheln keine Ahnung. Hab ich nachzählt und ich hab keine Zeit zu nachzählen, wie lang ich es bauere. Und fakt kugler oder so. Ja egal, ich habe es noch mal gecappt. Ist mir egal, ich habe noch mal das Ding zurückgecappt. Nein! Fick euch doch mal! Jawoll, victory! Da, ich defend the pot. Nee, du musst es noch fertig machen. Wie? Alter, das ist eine Scheiße. Ja, du musst es noch fertig machen, weil es ja noch läuft. Da kann ja noch alles entscheiden. Wenn jetzt 4-2 stehen würde, dann wäre es egal, glaube ich. Aber es steht ja 3-2, jetzt kann ja noch alles passieren. Alter, nee, jetzt, oder? Doch jetzt, oder? Soll ich mal den pot holen, sagst du? Hey, ich checke es. Alter, ist das schwul. Ich wollte gerade Strike ersetzen, aber ich habe es nicht gecheckt, wie es geht. Der musste mit dem Fernglas noch den Punkt auswählen, damit der linker Maustaste es bestätigen. Ich weiß. Schon dabei. Boah! Das reicht! Jetzt haben wir, oder? Nein, das läuft noch. Habt ihr den Potchen wieder... Weakley? Boah, ihr habt den Finger noch gekriegt. Gebt doch den Typ getötet. Alter! Dieser Typbild, ne? Das ist nicht normal, was da abzieht, Alter. Alter, ich komme nicht mehr rechtzeitig. Mein Team ist zu inkompetent, das Ding zu potten. Nee, die machen das gleich wieder. Keine Angst. Nein, das langt nicht, das langt nicht! Das langt! Nein! Ups, du hast so einen Lack, ne? Zu nichts gebrauchen, ne? Hey, ich will das Ding gewinnen. Ich auch. Habt ihr's für müde, oder? Ja, natürlich. Alltot sind es. Mein Team ist so inkompetent. Wie inkompetenz pur. Ja, du mal rein rennst, was? Und es eh drückst. Und mega Lack einfach überlebst. Ja! Du! Spasti-Kinder, Alter. Ich hab so einen Lackern, ne? Ist unglaublich. Ja! Alter, ey. Du musst dich bannen, Alter. Ich denke, du häckst, ey. Du drückst einmal auf E und dann ist schon fertig, ey. So deckt man, ey. Oh, jetzt halten wir den Scheiß aber, ey. Natürlich hält ihr das. Jetzt gewinnt ihr den Scheiß. Da kommt schon wieder einer. Ja! Nein! Ars hat schon wieder geclaimed. Ich hab's auch wieder geclaimed. Boah! Alter, ich baller dich, bevor du irgendwie dran bist auf dich, was? Und stirbst einfach nicht. Und schaffst es trotzdem. Und dann bist du sofort tot, wenn du es geschafft hast. Was ist denn das, Alter? Hihihi. So ein Witz, ey. Man müsste einfach 5 Epidale-Strike draufhauen, dass du nicht durchkopst, Alter. Ja, das habt ihr schon wieder gefreut. Und jetzt hier nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war nix. Nichts, sonst krieg ich gelangt. Alter, du bist ein Camper, ein Elendiger. Was? Ich bin gerade da hingerannt, Alter. Wissen du? Oh, dich sehr tippelt, Alter. Ich krieg den einfach nicht tot. Jetzt habt ihr es. Ja, geil. Geil. Torunentschieden. Torunentschieden. Oh, es gibt es auch. Nice. Nice. Unentschieden in der ersten Folge. Nice. Na, aber 5 Mal hast du den Arsch gerettet. Jaaa. Du hast echt zu lachen. Du bist aber, du hast aber 6 Mal gestorben oder so. Uh, Most Pods activated. Na klar. Ist ja logisch, ne? Letzte Runde einfach mal 7 Mal hintereinander gewabt einfach. Ich bin irgendwie Porten dich oder so. Und Level 5, Alter. Machst du's? Ich hab dich wohl eingeholt. Hä, wie kannst du's sein? Du kannst ja eigentlich Rang 5 sein. Rang 7. Ich bin fast Rang 4. Hä, wie kannst du? Du hast doch ein... Wie... Alter, was hast du gespielt, bitte? Mh... Sei ich da? Sei ich auf dem Test? Du kannst nicht Level 4 sein. Fast Level 4. Wenn du zwei Spiele gespielt hast. Du kannst auch nicht fast Level 3 sein. Ich bin fast Level 4. Du kannst es nicht sein, Alter. Ja. Ich hab zwei Spiele gebraucht, um Level 1, Level 2 zu werden. Also, halt Small. Haha, ich weiß nicht, was du machst. Also Leute, sind wir uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Ciao. Töööö? Töööö! Bis zum nächsten Mal.